Herzlich Willkommen zurück hier bei OPAZOK FACTORIO Ich habe gerade gesehen, wir bauten hier unten Fabriken Ich weiß zwar nicht für was wir die gebraucht haben, aber mir ist was anderes in den Sinn gekommen Und zwar brauchen wir noch ein paar andere Sachen Du musst weg Bauern haben wir Bauern haben wir sogar ausreichend Wobei wir mittlerweile landfills Du forst 80 an Ich weiß auch nicht wie groß hier so ein Stack ist Fakt ist, wir brauchen dann jetzt für den Bahnhof Logistik Chests Dafür brauchen wir Smart Chests Für Smart Chests brauchen wir Stahl Chests Also Stahl, Smart Und 1, 2, 3, 4 von denen Da geht das noch nicht hin 5, 5, 5, 8, 5 Dann kannst du nochmal durchrödeln Bis dahin sollte hier jetzt hier auch leer sein Na gut, ich weiß ja nicht wo ihr das Zeug hinbringt Auf jeden Fall weiter weg Und das soll mir auch jetzt im Moment erstmal egal sein Sturm und hier auch noch Dort und dort auch noch Kann man davon auch noch 5 nachschieben Wir haben ja hier noch ein paar Wir haben ja hier noch ein paar Wir haben ja hier noch ein paar Dort dran sitzen können Dort So Das heißt also Stahlkästen Intelligente Kisten Aktive Provider Passive Provider Lagerkästen Nichts Ups Ah Quasi Oh Weitere 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 Knick-Arm haben wir Dort, 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 hier fehlt noch einer Noch ein Stack Speichern wir eine Runde, speichern wir uns immer gut Tausend Roboter haben zur Verfügung Da kommt immer ein Null dran So, 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 so Null und Null Das gleiche hier Null und Null Nochmal hier Null und Null Gleich durch Hier krieg ich nicht genug Kupferkabel ab Machen wir die noch ein bisschen schneller Vielleicht hier auch noch ein bisschen schneller Da noch einer hin Da noch einer hin Dort und dort Dort und dort Wohan scheiterts An sich ja nichts, das ist gut Ja, da kommt jetzt hier wohl noch deutlich mehr an Wie weit seid ihr hier? Hoppala Da ist gleich durch Ja, da ist jetzt vor allem Drei 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 so da ist fertig hier wird natürlich auch gerade massiv verbraucht jetzt machen wir alles oben jetzt gucken wir mal nach dem Strom weil wie soll der gesagt dass man damit das Stromproblem verschlimmert aber das sollte kein Problem darstellen also kannst du ungefähr 15 rein machen wir haben jetzt 2 3 4 6 7 8 9 10 11 11 11 13 14 14 aber es soll ja dann von hier aus gehts ja noch hier rüber beziehungsweise durchs Pollution sieht man jetzt hier auf der karte nichts mehr und das soll ja dann so noch ein bisschen runter gefahren werden durch diese solar panels jetzt muss ich nur mal kurz überlegen wie weit waren wir denn jetzt hier oben hier kommt der hauptbahnhof hin ah genau da wollte ich noch das ding ändern das ist ziemlich zentral hier kommt der hauptbahnhof hin das heißt das nest müssten wir wieder weg machen das sollten wir jetzt vielleicht gleich machen stromreserve haben wir noch fahren wir mal hoch und sagen es ist noch weg und aber schon ganz schön streckig hoch so genau das Nest holen wir noch einmal und zeitgleich fahren moody noch das Nest da unten drunter wäre wahrscheinlich sinnvoll so ist es noch hier würde ich mal sagen machen wir hier schon den ersten Rückzugspunkt hin und greifen jetzt hier an sollte auch relativ zügig gehen hier oben oh die kommen durch die kommen durch ich habe die blauen unterschätzt Neeeein ja so schnell kann es gehen ups vielleicht wäre es sinnvoll erstmal hier ich muss mal ein Stück was hier runter weil ich hatte mir noch was überlegt ich muss mal ein Stück was hier runter wenn man jetzt wo ist denn meine Blaupause das ist die große das ist die habe ich die andere gar nicht mehr noch einen Schaltkreis so wenn man nämlich jetzt diese Hauptstrecke hier der Abstand ist mir vielleicht doch zu weit nochmal so ein Schaltkreuz nochmal weg machen holen wir uns mal eine Strecke hier so vielleicht mit einem Luft so und ich habe ich viel gebastelt so das heißt oben noch zwei ran das ist zwei nach dem hier unten ist noch so hin 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 der hier weg mal schnell und der mal weg dann könnte man nämlich ähm zweigleisig immer hoch und runter gehen und setzt dann dann hier neben mit einem Abstand von vielleicht fünf fünf hier auch so etwa so Ich glaube dann brauche ich wahrscheinlich massiv neue Bauroboter, wenn ich das jetzt schon so ausbaue. Was ich mich jetzt halt nur frage ist, reicht eine 2 dicke Mauer bei der Menge die wir hier produzieren oder reicht da eventuell auch eine 2 dicke Mauer, ich denke mal das werden wir rausfinden. Ich habe es bis jetzt mal so gemacht, dass ich eine 2 dicke Mauer gehabt habe, das reicht im Regelfall eigentlich auch. Gut, dann brauchen wir wahrscheinlich hier, ich lasse schon mal ein paar raus. Also 50, ja ich denke mal das macht Sinn, das macht auf jeden Fall Sinn. Und lieber weg. Die brauche ich auch. Die brauche ich eigentlich nicht mehr. Die brauche ich nicht mehr so gemacht. Soll ich jetzt gemacht. Könnte mir bitte jemand sagen, wie ich das hier rauskriege. Ich weiß zwar wie ich es neu zuwählen kann. Rechtsklick geht nicht, linksklick geht nicht. Schifft nicht, Schifft rechtsklick, Schifft linksklick, Schifft mittelklick geht auch nicht. Das kriege ich jetzt erstmal nicht raus, muss ich so gehen. So seid ihr jetzt hier fertig, weil ich brauche nämlich dann einen neuen der so ist. Das ist mein neuer Haupt-Print. Ich weiß, was würde ich jetzt einen anderen haben. Hey. Kann mir das mal nur sagen. Shit. Achso, jetzt habe ich eins hier rausgeballert. Hier ein bisschen Platz. So komme ich vorbei. Neue Logistik-Rowards sind schon da. Dann mache ich jetzt erstmal den kleinen. Wie fahren wir denn jetzt? 560. Mach den hier nicht. Das ist erstmal einen kleinen Weg nach oben. Das ist nach hier hinten. Dann kann ich da auch schon mal ein bisschen nach produzieren. Dann mache ich den Weg hier auch schon mal. Was wäre der hier? Der hier müsste ich hier vorne mal die Gleise wegnehmen. Kurzfristig. Obwohl ich kann ja eigentlich hier direkt. So natürlich nicht. Ich kann hier direkt zu machen. Dann komme ich nach hier oben auch schon hoch. Das fällt schon mal. Ja. So ist die Richtigung. Habe ich jetzt hier auch Falschung gebaut? Das scheint dort richtig zu sein. Ach dort. Habe ich das hier auch auf der maximalen Länge gemacht? Nein. Habe ich nicht. Also hier. Hier wäre maximal und dann wäre es. 1, 2, 3, 4 rüber. Also maximal Länge und 4 rüber. 1, 2, 3, 4 rüber. So würde es dann hier weitergehen. So und dann bitte hier auch gleich zu. Da bitte nicht. Dort bitte auch nicht. Mal gucken, ob das so passt. Aber ich denke schon. Und vor allem wie wir dann den Anschluss machen mit den Gleisen. Wenn wir jetzt hier eine doppelspurige Strecke machen. Aber wie gesagt. So viele Züge wieder entfernen. Macht das auf jeden Fall Sinn. Gerade zum Hauptbahnhof. Ich denke mal zu Schmelze wird es nicht ganz so viel sein. Aber hier wird es schwierig. Oh und ich sehe gerade die Folge schon vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, dass ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und sage Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht. Liken. Teilen. Kommentieren. Würde mich sehr freuen. Ihr hilft nicht nur euch. Sondern auch mir damit. Dankeschön. Tschüss.